Hallo und herzlich willkommen zu Folge 117 des Podcasts Mutmachgespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit 14 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbärfolge und bezieht sich auf das Gespräch mit Veronika Egger von letzter Woche. Veronika ist die Tochter eines katholischen Pfarrers und mit der Überzeugung aufgewachsen, dass es sie eigentlich gar nicht geben dürfte. Da Sophie und ich diese Lebensgeschichte beide enorm spannend fanden, hat die heutige Folge mal wieder eher Kaffeeklatschcharakter. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, auch wenn wir uns im Laufe des Gesprächs dann doch noch unserem eigentlich geplanten Thema widmen und uns ganz erklärbärmäßig mit Selbstwert und Selbstwertgefühl auseinandersetzen. Habt viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Mutmach-Gespräche. Heute wieder ein Erklärbär-Gespräch mit Sophie. Hallo! Hallo! Und mit dem Hund. Er fängt pünktlich, wenn ich das Mikro anschalte, an hier an einem Stück Holz zu nagen. Keine Ahnung, ob ihr es hört. Wenn ihr es hört, es ist der Hund, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Echt jetzt? Oh Mann. Naja, aber wir haben das beim letzten Erklärbär auch gesagt und man hat gar nicht viel gehört auf der Aufnahme. Ah, okay. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja. Gut. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Immer gerne. Wir haben heute ein Erklärbär zum Mutmach-Gespräch mit Veronika Egger von letzter Woche. Falls ihr es nicht gehört habt, was ja schade wäre. Die Veronika ist die Tochter eines katholischen Pfarrers. Wenn ich das jetzt so erzählt habe ringsherum, nehmen wir so kurze Kunstpause nach dem Satz und du merkst, wie es bei den Leuten rattert, dann oh. Ja, genau. Ja, und da hat sie ihre Geschichte erzählt. Soll ich erst zusammenfassen? Ja. Wobei viel zusammenzufassen gibt es ja da nicht. Das ist die Geschichte. Und sie hat viel von ihrer Kindheit erzählt und das, was ich weiß gar nicht, ob sie das so sehr betont hat oder ob das halt bei mir so sehr hängen geblieben ist, immer so diese Idee, mich hätte es gar nicht geben dürfen. Also, dass ihr quasi im Denken jegliche Existenzberechtigung gefehlt hat, weil ihr schon erklärt worden ist, katholische Pfarrer dürfen keine Kinder haben. Also, eigentlich dürfte es dich nicht geben. Ja. Und sie sich dann in ihrem Kinderkopf immer gedacht hat, wenn es mich nicht geben würde, wären alle besser dran. Dann müsste die Mama nicht so viel weinen und der Papa würde keinen Ärger kriegen. Und das ist etwas, was bei mir nach wie vor unheimlich reinhaut. Ich finde das so hart. Ja, da ging es mir halt auch ähnlich. Also, das war schon immer wieder so Momente, wo ich mir dachte, wie schrecklich muss das für ein Kind sein, wenn du diesen Gedanken immer so hast. Also, wenn das so deine, ja, deine Welt ist irgendwie. Mhm. Das Hundebaby. Ja, war hart. Und sie hat das aber sehr aufgeräumt erzählt alles. Ja, sehr versöhnlich. Also, sie hat das ja auch immer wieder betont. Mhm. Wobei ich jetzt von meiner Seite aus sagen muss, hätte sie gar nicht unbedingt müssen. Weil für mich das auch immer so rüberkam, dass es sehr versöhnlich ist, nicht anklagend und so weiter und so fort. Ich glaube, also, wenn ich das richtig interpretiere, hat sie da mal mit verschiedenen Medien schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie das eben nicht anklagend rüberbringen wollte und die dann aber eine Art Abrechnung daraus gemacht haben. Ja, das ist fies natürlich. Ja. Weil ich fand auch, sie hat einfach ihre Geschichte erzählt und wie gesagt, wenn ihr noch nicht reingehört habt, sie hat halt so erzählt von den Anfängen, dass es so bis zum Kindergarten gar nicht so wild war, weil klar, ein Kind vergleicht ja auch nicht. Das ist einfach die normale Familiensituation. Die Eltern haben sich durchaus geliebt. Ja. Diese Schwangerschaft durfte nicht sein. Die war auch absolut eine Überraschung, weil die Mutter schon relativ alt war und eben jahrelang kinderlos geblieben ist und dachte, das geht nicht. Und dann wurde von der Kirche aus der Vater eben versetzt. Erstmal etliche Kilometer weit weg. Und das war klar, ein Aufstieg gibt es auch nicht mehr. Keine Karriere mehr. Und die sind aber zusammengeblieben über viele, viele Jahre. Und sie erzählt halt aus ihrer Sicht, dass das am Anfang war halt normal. Je älter sie wurde, umso schwieriger wurde es. Wobei sie, also wobei die Veronika schon auch betont hat, dass man jetzt heute nicht mehr so genau sagen kann, dass sie zum Beispiel in der Schule gemobbt wurde. Lag das jetzt daran, dass der Papa ein Pfarrer war oder dass die Mama eine Putzfrau war oder ein tausend anderen Sachen? Ja, genau. Also auch das finde ich sehr, sehr reflektiert alles. Ja. Und das Buch, was sie geschrieben hat, wo sie so ihre Geschichte aufgeschrieben hat, heißt ja auch das Priesterkind und Untertitel, mich durfte es nicht geben, wie ich dennoch glücklich wurde. Und das ist sowas, warum wir ja auch beschlossen haben, es passt total gut in ein Mutmachgespräch, weil sie durch die Angststörung, die psychosomatischen Reaktionen, die Depressionen, all das, was folgte, einfach einen guten Weg rausgefunden hat. Ja. So, wie immer, Ball zu dir. Wir haben uns ganz wenig unterhalten, das heißt, ich lehne mich jetzt zurück und bin selber gespannt, was du sagst. Wie ging es dir beim Hören, was ist dir hängen geblieben? Ja, wieder eins dieser wahnsinnig spannenden Gespräche und auch Lebensgeschichten. Ich muss ja jetzt vorweg schicken, ich kannte ja einen Bruchteil dieser Geschichte schon, weil ich quasi die Frau Ecker in einem anderen Podcast gehört habe, wo das auch Thema war, aber gar nicht so sehr. Da ging es mehr um diese Waldbaden-Geschichte, die sie ja auch macht. Also das war so ein bisschen, er war kürzer und dadurch war das alles so ein bisschen komprimierter. Und ich habe den damals gehört und habe damals schon gedacht, krasse Geschichte. Katholischer Pfarrer, Kind, abgefahren. Und das in Bayern. Und war damals halt nach dem Podcast, den ich damals gehört habe, so, dass ich mir dachte, boah, da will ich jetzt mehr davon wissen. Also wie war das jetzt alles? Und ich hätte tausend Fragen gehabt noch an sie. Genau. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, hey, lass uns sie doch vielleicht mal fragen, ob sie zu uns in den Podcast kommen will. Und jetzt war sie da. Und ich hätte immer noch tausend Fragen. Verdammt. Ja, weil ich es einfach spannend finde. Welche Fragen hättest du nur noch? Ja, also noch viel mehr. Ich glaube, ich bin da halt dann so jemand, ich würde das gerne viel mehr noch im Detail wissen. So, wie war das und wie ist er damit? Und gab es dann irgendwie von oben noch mehr, von der Kirche noch mehr Sanktionen auch ihm gegenüber und, und, und. Dann liest du das Buch. Du hast es ja noch nicht gelesen. Und es stimmt, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du sie ja entdeckt hast. Du hast mir das weitergeleitet, den Podcast. Und ich muss dann hinterher so lachen. Ich fand es auch so spannend, dass ich sie gegoogelt habe, direkt eine Mail geschrieben, ob sie nicht Gast im Podcast sein will. Und dann erst hinterher geschnallt habe, oh, da gibt es aber viele Interviews. Und es gibt, ich glaube, auch bei Hautnah oder so, es gibt irgendwo eine Reportage. Und wenn ich nicht vorher gewusst hätte, wie präsent sie medial schon war, hätte ich mich gar nicht getraut, mit unserem Popel-Podcast da hinzuschreiben. So, ha, wir bezahlen auch übrigens nichts und so. Also ich hätte nicht geschrieben, wenn ich es nicht gewusst hätte. Deswegen gutes Timing. Sie war total lieb gleich, ist total lieb zurückgeschrieben. Oh, können wir gerne machen. Und vielleicht klappt es ja sogar live in Regensburg, weil sie hier mal studiert hat eine Zeit lang. Hat leider nicht geklappt. Also wir haben uns noch nicht live gesehen, waren aber in einem total netten Austausch. Und ich habe mir dann als nächstes das Buch geholt gleich. Ihr Lieben, das haben wir auch noch gar nicht verraten. Das habe ich mir für die heutige Folge aufgehoben. Die Frau Egger hat uns ein Buch geschickt mit Widmung. Wir dürfen eins verlosen. Werden das bei Instagram irgendwann im Laufe der Woche machen, nach Erscheinung dieser Folge. Lies sich total schnell durch. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so an deinen Fragen, da findest du noch mehr Details, weil das auch relativ ausführlich beschrieben ist, wie die Mutter dann zur Kirche zitiert wurde. Ja, genau. So Sachen halt. Dieses Ganze, was da so die im Hintergrund halt noch war. Und ich meine, es ging ja jetzt in dem Podcast auch einfach, sollte es ja auch um sie gehen und um ihr, ihre ganz persönliche Geschichte. Und nicht jetzt die ihrer Mama oder die von ihrem Papa oder so. Ja, wobei ich auch da lachen muss. Da habe ich mich sehr zurückgehalten, weil ich hätte am liebsten auch noch tausend Fragen zu der Mutter gestellt. Und auch, wollen wir nicht die Mama mal einladen. Aber da das für sie ja so durch ist, dass die hat irgendwann beschlossen. Irgendwann muss man ja auch mal abschließen. Ja, und sie hat das ja auch sehr straight gemacht. Jahrelang an dieser Liebe und diesem Familienwunsch festgehalten. Und dann irgendwann gemerkt, dieses Warten ist vermutlich sinnfrei und dann ja auch relativ radikalen Schlussstrich gezogen, was ich sehr beeindruckend finde. Also es ist eine sehr spannende Frau, auch ihre Mama und auch die Beziehung von den beiden. Ja. Ich habe meine Neugier ein bisschen gezügelt. Deswegen war ich jetzt so, oh, welche Fragen hast denn du noch? Ja. Aber die, die du gesagt hast, liest das Buch. Ah ja, cool. Sehr gut. Dann werde ich das tun. Genau. Und ihr habt die Möglichkeit auch. Ich habe noch nie was bei Instagram verlost. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das aufziehen. Ich frage Leute, die sich damit auskennen. Aber ihr werdet nächste Woche die Gelegenheit bekommen. Jo, sonst noch? Ja, was ich auch noch spannend finde, beziehungsweise was mich nachhaltig jetzt nicht beschäftigt, wäre jetzt übertrieben, aber schon ja auch so ein bisschen erschrocken hat, ist diese, dass sie selber sagt, sie kriegt so wenig Resonanz von anderen Betroffenen. Das hat mich total verwirrt. Und ihr habt das ja auch kurz aufgegriffen und sie hat da ja auch nicht so wirklich, also sie hat eine Vermutung, woran es liegen könnte, aber jetzt keine wirkliche Antwort darauf. Und da war ich dann schon auch so, hä? Okay, krass. Spannend. Also weil es gibt ja Kinder. Ja, ja. Es gibt auch ein Buch, ich glaube von 2006. Ich habe es jetzt blöderweise nicht hier vor mir liegen. Ich habe das vor Ewigkeiten gelesen. Das ist auch ein Buch über Priesterkinder. Wo die Geschichten durchaus erzählt werden, aber anonymisiert. Das ist halt ewig her. Aber ich weiß, dass ich das damals auch schon total spannend fand. Da habe ich das halt noch mit sehr viel mehr Antikirchenladung gelesen. Das hat jetzt ein bisschen, ist ein bisschen abgeflacht. Aber es gibt durchaus welche, die die Geschichte erzählen, aber halt nicht mit vollem Namen und Bild und so öffentlich, was ich tragisch finde. Weil die Kinder können ja nichts für ihre Eltern. Also die Kinder haben nichts falsch gemacht. Überhaupt nichts. Naja. Ja. Jetzt sitzen wir da, könnten noch eine Stunde darüber reden, was alles so in diesem Gespräch drin gesteckt hat. Aber wir wollen ja einen Erklärbärm machen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du heute aus dem Hut zauberst. Was ich aus dem Hut zauber? Ja, weil wir diesmal gar kein Vorgespräch hatten. Bei mir ist sehr diese Geschichte hängen geblieben, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Existenzberechtigung. Diesen Satz oder diese Überzeugung, ich hätte es nicht geben dürfen. Ja. Und da ist jetzt die Frau Egger nicht die Einzige, die sowas denkt. Und es hat jetzt auch bedingt was mit dieser Priester-Tochter-Geschichte zu tun. Oder es hat natürlich ganz viel damit zu tun. Ich wollte sagen, aber auch mit anderen Geschichten kann man zu einer ähnlichen Überzeugung kommen. So rum. Das ist spannend, weil ich habe am Freitag erst mit einer bekannten Freundin telefoniert. Und über fünf Umwege sind wir darauf gekommen, dass sie und die Freundin ist jetzt, wie alt ist die? Fünfzig? Also älter schon. Und die hat entdeckt aber an sich immer noch, immer mal wieder diese Überzeugung, wenn es mich nicht gegeben hätte, dann hätte meine Mama anders studieren können. Also hätte überhaupt studieren können. Ihr Leben wäre ganz anders verlaufen und, und, und. Und das fand ich auch sehr spannend, weil die gemeint hat, ja, dass das für sie immer noch ein Teil, also auf jeden Fall ein Teil von, also immer wieder dieser Gedanke quasi von ihr kommt. Und dann auch so dieses Gefühl quasi in ihr auslöst, ja, es wäre alles für meine Mama leichter gewesen, wenn es mich nicht gegeben hätte. Ja, genau. Und das habe ich auch so in den letzten 14 Praxisjahren immer wieder mal in verschiedenen Ausprägungen gehabt. So, dann hätten meine Eltern nicht zusammenbleiben müssen oder, was du sagst, die berufliche Karriere wäre anders gelaufen. Oder wenn ich dann Mütter da sitzen habe, also nicht aus Tochtersicht, sondern wirklich aus Elternsicht, die dann sagen, wenn ich nicht da wäre, hätte es mein Kind so viel einfacher. Ich bin so eine schreckliche Mutter, ich kriege das so schlechthin, wenn ich einfach weg wäre. Krass. Wird es allen besser gehen. Und das ist was, was mich jedes Mal tief erschüttert. Weil wie muss es einem Menschen gehen, der das von sich selber denkt, der denkt, ich habe an sich keine Existenzberechtigung. Und so ein Selbstwertthema haben ja ganz, ganz viele in verschiedenen Ausprägungen, aber das ist halt so das unterste Extrem, finde ich. Und du nicht nur sagst, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, sondern eigentlich sollte ich gar nicht da sein. Aber ist das dann im täglichen Denken immer so da? Also ist mir das so bewusst? Das ist jetzt wieder eine Ausprägung. Also ich würde sagen, wenn du das ununterbrochen auf dem Schirm hast und nur durch diese Brille guckst, dass du dann psychisch auch nicht gesund bist. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Störungsbild man das einordnen würde, aber das ist dann so massiv. Ich halte das schon eher für die Ausnahmen. Nur so im Hintergrund und dass das immer wieder mal auftaucht, ist halt dann die Folge. Ich meine, das haben ja auch, das kann ich völlig verallgemeinern, das haben ja die allermeisten von uns irgendwann so ein Aufploppen von, ah, war ich wieder nicht gut genug? Bin ich gut genug, um zu dieser Gemeinschaft zu gehören, um in dieser Gruppe einen Platz zu haben? Also es heißt jetzt Arbeit oder Familie oder Freundeskreis oder sonst was. Das ist ja auch nicht permanent präsent. Das fragt man sich ja auch nicht ununterbrochen den ganzen Tag, aber in kritischen Momenten oder in bestimmten Triggersituationen taucht das auf. Aber, also ohne das jetzt, aber ist das dann nicht normal? Also ein Stück, wenn du meinst im Sinn von Masse? Genau, also, ja genau. Ich meine im Sinn von, wenn alle das, also wenn jeder irgendwie so ein komischen Ding hat, dann ist es doch schon wieder normal. Dann würde ich sagen, ja, ist ein Stück weit normal. Und, macht es das besser? Oder gesünder oder schöner oder leichter? Ja, also da muss man auch vorsichtig sein, weil mir geht es ja gar nicht darum, jetzt hier so einen künstlichen Leidensdruck aufzubauen und sagen, ne, Leute, die diesen Gedanken haben, die sind ganz arm dran und es ist ganz furchtbar alles und so. Und da ist die Frau Ecker ja auch ein ganz herrliches Beispiel, weil der geht es ja gut. Die hat sich ein total schönes Leben aufgebaut. Also die wirkte auf mich, ich kenne sie ja nicht, ne, also von zwei Stunden Gespräch kann ich jetzt nur so einen Mini-Ausschnitt da mir ein Bild machen. Aber sie wirkte sehr ausgeglichen und sehr in sich ruhend, fand ich. Und sehr mit sich im Reinen, hatte ich so das Gefühl. Und das mit Mitte 40 bei der Geschichte ist halt eine krasse Nummer, da hinzukommen. Und deswegen finde ich es ja so Mut machen, selbst wenn du eine Geschichte hast, die zum Teil so startet, die von unheimlich viel Enttäuschung und Frustration geprägt ist. Ja, auch immer wieder, sie freut sich auf ihren Papa, sie hat eine gute Bindung zu ihm. Und dann sagt er wieder den einen Sonntagsbesuch in zwei Wochen ab. Oder, ja, es fehlt halt jede Verlässlichkeit. Auf der anderen Seite hat sie mit ihrer Mama ja eine ganz, ganz extreme Verlässlichkeit, die war ja immer da. Nur die andere Seite fehlt halt so. Und ständig fragst du dich, darf ich dazugehören, mache ich den Leuten nicht das Leben schwer, so warum? Und dann jetzt trotzdem da zu sitzen und mit Mitte 40 zu sagen, hey, ich habe meinen Platz gefunden, ich weiß, wo ich dazugehöre, ich bekomme die Rückmeldung und kann die auch meistens annehmen. Weil sie sagt ja durchaus, dieser Gedanke, der begleitet sie schon immer noch ab und an. Der ist nicht weg. Es ist eher die Frage, wie gehst du damit um? Also kannst du dir trotz dieser Prägung ein gutes Leben gestalten und nimmst halt in Kauf, dass das, ne, wie so Narben. Die sind halt da, mit denen muss man leben, aber man kann Umgang damit finden. Ja, aber das meine ich damit, weil wenn das eh immer wieder da ist. Das geht noch nicht von selber, es ist halt ein ganzes Stück Arbeit, dahin zu kommen, dass du nicht in dieser Prägung stecken bleibst und das alles für die Wahrheit hältst. Somit dürfte es nicht geben als die Tatsache. Ja. Sondern im Endeffekt ist das ja eine Interpretation. Inwiefern? Wenn wir mal bei diesem Beispiel und dem Gedanken bleiben. Wenn es sie nicht geben würde, hätten es die Eltern leichter. Wer sagt denn das? Also sie sagt ja auch, für ihre Mutter war sie wirklich ein Gottesgeschenk. Eine Frau, die mit, weiß ich nicht, ich glaube Anfang 40 war ihre Mama schon, bei der Schwangerschaft, die gedacht hat, sie kann keine Kinder bekommen und dann klappt es auf einmal doch. Das wirkte nicht so, als ob die Mutter das je bereut hätte. Im Gegenteil. Ja, ja. Wäre die Mama besser dran gewesen ohne sie, das ist doch eine absolute Interpretation, das ist eine Vermutung. Vielleicht wäre diese Beziehung zwischen den beiden Eltern auch ewig lang so gelaufen ohne Kind. Ach so, auf die gleiche Art und Weise gelaufen mit diesem Versteckspiel und so. Oder was meinst du jetzt? Ja, weil auch diese Beziehung hätte es ja nicht geben dürfen. Ja, genau. Ist ja nicht nur die Krönung mit diesem Kind, sondern das Kind zeigt ja nur, dass das zölibatisch eingehalten ist. Ja. Das beweist so ein bisschen, aber auch diese Beziehung hätte es ja nicht geben dürfen an sich. Nicht nach den Regeln der katholischen Kirche. Ja. Schnaubt sogar der Hund. Das lassen wir mal so stehen. Also für mich ist das eine These, eine Meinung, wieder so ein typischer Gedanke, aber keine Tatsache, kein Fakt. Es gibt sie, das ist der Ist-Zustand, das ist die Realität. Also darf sie es auch geben, es gibt sie ja. In dem Moment, wo sie geboren ist, hat sie eine Existenzberechtigung, fertig. Sie ist ja da. Weißt du, kein Baum, keine Pflanze, kein Tier fragt sich, oh, hätte es mich nicht geben dürfen. Und wir Menschen mit unserer famosen Fähigkeit, in jede Richtung zu denken, können uns dann halt auch sowas ranziehen und diesen Blickwinkel einnehmen. Es rattert in deinem Gesicht, lass mich mal teilhaben, bitte. Ja, ich versuche mich da gerade so ein bisschen rein zu versetzen. Also jetzt gar nicht so sehr in ihre Geschichte, weil das ist ja so ein bisschen die ganz extreme Variante, nenne ich es jetzt mal. Aber in die, was du vorhin gesagt hast, diese, die so ein bisschen mehr allgemeinen Gedankengänge, so dieses, passe ich hier rein in dieses Arbeitsumfeld oder, oder, oder. Also genüge ich, um hier dazu zu gehören oder da dazu zu gehören. Weil du das nicht kennst? Also ich glaube, aktuell halt gar nicht. Ist total spannend. Ich hoffe, es ist für ihn okay. Ich habe da mit deinem Mann gestern relativ ausführlich drüber geredet. Das war ganz spannend. Das war sehr nett. Vielleicht sollte der heute hier sitzen. Ja, wir hatten das ja gestern schon. Wir saßen gestern noch ganz lang im Garten und haben so ein bisschen philosophiert, auch über dieses Thema. Und so im Gespräch sind wir dann draufgekommen oder ich habe dann erzählt, dadurch, dass wir beide ja noch DDR-Kinder sind und in den prägenden Jahren, also so bis zur Grundschulzeit, da ja auch aufgewachsen sind, haben wir ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl mitgekriegt. Also in dem Alter kapierst du ja noch nicht, was das für eine ideologische Gehirnwäsche war. Ja, ja. Ja, dass die Pioniere ja quasi ran erzogen wurden zu den Bürgern, die gewollt waren. Ja. Also ich als Kind, wenn ich mich daran erinnere, ich habe mich immer zugehörig und aufgehoben gefühlt. So das Standardbeispiel in meinem Kopf war, dass Kindergarten, Familie, Schule und so, die haben so eng zusammengearbeitet. Ich habe so in Sachsen gewohnt bei der Gölstahlbrücke. Wunderschön. Wunderschöne Landschaft. Und da gab es regelmäßige Wanderungen, wirklich dann so mit Stationen, wo du dein Marmeladenbrot und Wasser gekriegt hast und so von Station zu Station. Und da waren die Kinder dabei, die Eltern, die Horterzieherinnen und die Grundschullehrerinnen. Ach, okay. Also ich kann mich jetzt nicht aktiv erinnern, muss ich mal meine Mama fragen. Ja. Ich fand das so witzig, weil mir vor ein paar Jahren dann mal aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, jetzt so als Elternsicht, oh, ist das ätzend. Du arbeitest die ganze Woche und dann hast du am Wochenende noch den Sums und musst da überall mit. Yay, Gemeinschaft. Ach, wie ätzend. Aber aus Kindersicht, für mich war das was total Schönes. Ich habe da richtig wohlige, warme Erinnerungen dran, weil halt alle, die quasi auf mich aufgepasst haben, die so für mich verantwortlich waren, immer zusammen waren. Und zwar immer so dieses Aufgehobene, wie das vielleicht heute Leute von den Pfadfindern kennen oder so. So dieses absolute Gemeinschaftsgefühl. Und mir ist das weggebrochen in dem Moment, wo wir da weggezogen sind, wo ich da rausgerissen war. Was mit Sicherheit gut war. Also wir sind nach der Wende dann umgezogen. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen wäre, aber ich glaube, das ist schon ein großer Verlust erst mal, wenn dein Weltbild von heute auf morgen nicht mehr gilt. Ja. Und deswegen, also ich habe das dann eben mit deinem Mann ganz lang diskutiert, weil er gemeint hat, seine Familie war schon auch immer eher so Einzelgängertum. Die haben nie irgendwo, oder seine Eltern haben halt nie so weit den Kontakt gesucht, dass die irgendwo fest dazugehört hätten. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt in so einem klassisch bayerischen, klischee-mäßig Dorf aufwächst, wo du beim Schützenverein bist und bei der Freiwilligen Feuerwehr und das ist ja auch so eine krasse Gemeinschaft. Wo du dich vermutlich dann auch nicht fragst, gehörst du dazu. Und die Frau Ecker hat ja genau da eben nicht dazugehören können, obwohl sie es gewollt hätte, weil die nicht mit rein durfte. Ja. Stimmt. Und das mitzukriegen, so ein, die Frage stellt sich überhaupt nicht, ob ich hier einen Platz habe, sondern ich gehöre da selbstverständlich dazu. Das ist halt eine völlig andere Prägung, als wenn du dich quasi von klein auf beweisen musst. Dass du immer zeigen musst, ich darf hier dazugehören. So wie wir das, ich möchte jetzt dahin nicht abbiegen, ich bleibe bei dem einen Beispiel, aber wie wir das jetzt bei den Geflüchteten zum Beispiel haben. Die nicht einfach herkommen und da sind, sondern die erst mal sich verdienen und beweisen müssen, hier einen Platz zu haben. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, wir werden das nicht vertiefen. Das bringt auch nichts, weil wir sind eher einer Meinung. Ja. Wechseln wir das Thema. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich rattere in meinem Kopf noch auf meiner eigenen Jugend gerade rum. Du überlegst jetzt in der Vergangenheit, ne? Ja, ja, genau. Mein Ziel mit dem ganzen Geschichten erzählen ist auch so ein bisschen dahin zu kommen, dass ich gern mit dir heute ein bisschen über Selbstwert reden würde. Also eher wieder der Kaffeeklatsch erklärt, statt tatsächlich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Definition. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ich darf es gar nicht geben, bis zum anderen Extrem, dem absoluten Narzissmus. Die Welt dreht sich um mich. Ihr seid geboren, um mich glücklich zu machen. Ja. Ich hänge noch weiter vorne, muss ich wieder mal ehrlich gestehen. Ich bin irgendwo abgebogen. Oder stehen geblieben. Deswegen ist es ja so cool, dass wir es zusammen machen und nicht ich so meinem eigenen Ding folge und kein Mensch weiß, wo ich hin will. Vielleicht wissen die Zuhörer besser, wo du hin willst, als ich gerade. Ja. Weil ich merke gerade in meinem Kopf, als du Selbstliebe gesagt hast, dachte ich mir so … Habe ich Selbstliebe gesagt? Ja, ja. Also, dass wir das schon hatten. Ach, ja. Ja, ja, ja. Und dass du heute Selbstwert machen willst. Und dann hat mein Kopf erst mal ein großes Fragezeichen daraus gemacht, weil … Und ich weiß, es ist nicht das Gleiche, aber in meinem Kopf, mein Kopf gerade denkt, ist doch das Gleiche. Es wird sich auch sehr überlappen und ich werde viele Sachen doppelt sagen. Deswegen bin ich irgendwo vorher stehen geblieben und jetzt nicht bis zum Schluss mitverfolgt in meinem Hirn. Wenn man in dem Psychologie-Lexikon nachguckt, ist die Definition von Selbstwert das subjektive Gefühl des Wertes der eigenen Person. Aus dem Wert, den ich mir zuschreibe. Und das muss jetzt noch nicht zwingend liebevoll sein. Also, ich merke gerade, ich kann mit dem Wort Wert an sich schon nichts anfangen. Das habe ich ein bisschen gehofft, dass dir das so geht. Das ist jetzt nicht abgesprochen, das müssen wir jetzt mal hier so sagen. Nee, heute haben wir tatsächlich nichts abgesprochen. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Es gibt so eine nette Geschichte, die durch Facebook immer mal rumgeistert. Wo ein, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau wiedergebe, es gibt diverse Varianten. Dann ist auch wurscht, es geht ja um die Essenz, wo ein Lehrer vor einer Schulklasse steht und einen 20-Euro-Schein zeigt. So einen ganz schönen, glatten, frisch aus dem Geldautomat und ihn zeigt und sagt, hey, wie viel ist der wert und wer will ihn haben? Ja, dann melden sie sich und 20 Euro und so, wollen wir haben. Und dann zerknüllt der den so richtig, knautscht den zusammen, schmeißt ihn auf den Boden, steigt drauf rum, sodass der am Ende völlig zerknautscht, zerflettert und dreckig ist. Und dann hält er ihn hoch. Welchen Wert hat dieser Geldschein? Und alle stellen fest, genauso viel wie vorher. Ja, und überträgt das dann und sagt, hey Leute, ihr werdet in eurem Leben Narben davon tragen, ihr werdet mal echt euch zerknautscht und zerknüllt fühlen und Verletzungen haben und Enttäuschungen und Kritik einstecken müssen. Und ihr seid trotzdem nicht weniger wert. Ihr behaltet euren Wert. Ich liebe diese Geschichte total, weil halt in meiner Überzeugung ist es tatsächlich auch so, jedes Baby, was geboren wird, hat einen Wertpunkt. Und dann kommt halt drauf an, was für Erfahrungen dieses Baby macht, wie es sich irgendwann auch verhält, ob es selber erkennt, dass es einen Wert hat. Und zwar einen Wert, den man weder erhöhen noch erniedrigen kann. Der feststeht, wie mit diesem 20-Euro-Ding. Der ist 20-Euro-Wert. Punkt. Das verändert sich nicht. Aber das heißt halt nicht, dass ich diesen Wert selber erkenne. Also das Selbstwertgefühl, ob ich dann eben denke, ich bin nichts wert, mich darf es nicht geben, ich bin nicht gut genug und so. Oder ob ich vor dem Spiegel stehe mir in die Augen gucke und denke, ja, läuft mit uns. Mir geht das auch oft so, dass ich mit diesem Wert wenig anfangen kann, dass ich da ganz oft etwas irritiert drauf gucke und sage, hey, die Frage stellt sich doch nicht. Natürlich bist du was wert. Ja, genau. Natürlich darfst du existieren. Du bist doch da. Also allein die Tatsache, dass du da bist, beweist doch, es darf dich geben. Und das, glaube ich, ist aber eine wirklich Luxussicht aus diesem Erleben heraus, dass ich in meiner frühkindlichen Prägung selbstverständlich da sein durfte. Ja, also das wird mir gerade bewusst. Und das ist ein Riesenluxus. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind bist, was, ach, jetzt ein Dankbarkeitstränchen. Ja, schon ein bisschen. Ich muss anders anfangen, wenn jetzt eine Frau völlig ungeplant, ungewollt von in ihrem Augen falschen Mann schwanger wird, dann glaube ich schon, dass sich auch das in einer Schwangerschaft irgendwie einprägt. Ja. Ist auch schon wieder ein anderer Start. Und ich war auch kein geplantes Kind, aber ich war dann ein gewünschtes Kind. Ich war auch nur geplant. Ein willkommenes Kind. Nicht geplant, aber willkommen. Und das ist schon auch ein Unterschied. Was ein Luxus ist. Ein großes Geschenk. Aber wenn ich jetzt das nicht mitgekriegt habe in meiner frühen Kindheit, also was ist da die frühe Kindheit? Also du hast jetzt schon von quasi eigentlich ja schon vor Geburt geredet. Wie lange geht das dann, diese Phase? Man sagt so die ersten zwei Jahre, ein, zwei, drei Jahre. Und wenn ich das da jetzt dann nicht mitkriege, wie zeigt sich das dann? Einerseits, okay, ich kann diese Gedanken haben, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben. Aber zeigt sich das auch noch irgendwie im Verhalten oder? Ja, ich würde mal wieder ins Erwachsenenleben hüpfen. Einfach, weil das unsere Zuhörenden-Zielgruppe ist. Ja. Ja, gar nicht so sehr mit Kindern. Aber im Erwachsenen-Sein, wenn du ständig das Gefühl hast, du musst darum kämpfen, gemocht zu werden, dazu zu gehören, dich beweisen, dich ganz viel über Leistung, also dir über Leistung verdienen, da zu sein. Und das muss nicht immer ein bewusstes Denken sein, ein bewusst formulierter Gedanke, sondern das kann auch viel wirklich im Verhalten sein, dass du mit Ablehnung rechnest, mit Zurückweisung. Aber wenn ich jetzt, also weil ich kenne zum Beispiel jemanden, einen männlichen Menschen, mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil sonst könnte das vielleicht hindeuten, wer das ist, wo ich mir doch recht sicher bin, sage ich jetzt mal, dass die Eltern, als das Kind auf die Welt gekommen ist oder als derjenige auf die Welt gekommen ist, dieses Kind geliebt oder ihn auch immer noch lieben, aber halt damals auch geliebt haben und so weiter und so fort. Und trotzdem zeigt er genau solche Verhaltensweisen, die du gerade beschrieben hast. Ja genau, weil das ja auch später im Leben noch sein kann, dass du völlig verhätschelt, verwöhnt, geliebt, geknuffelt aufwächst am Anfang und dann machst du halt in der Schule die Erfahrung von Zurückweisungen oder deine erste Beziehung läuft so ab, dass dein Selbstbewusstsein völlig zerbröselt oder so. Da müssen wir schon aufpassen. Es ist nicht so, wenn du in einem schwierigen Elternhaus groß geworden bist, geht es dir danach auf jeden Fall schlecht und wenn du behütet aufgewachsen bist, hast du auf jeden Fall ein gutes Leben. So einfach ist es leider wieder nicht. Oder was heißt leider? So einfach ist es zum Glück nicht. Du kannst aus jedem Start auch was Gutes machen mit den richtigen Bedingungen. Ja und wenn es halt gut lief, heißt es nicht, dass es so weiterläuft, sondern auch dann spielt halt viel mit rein. Ich habe da jetzt, ich habe es blöderweise nicht ausgedruckt, dass ich kann euch jetzt die Quellen nicht mehr sagen, weil ich so viel durcheinander gelesen habe, aber auch etliche Interviews mit jahrelangen Therapeuten, die gesagt haben, sie haben immer wieder Untersuchungen dann auch gemacht oder selbst anekdotisch in ihren eigenen Praxen Leute gehabt, die wirklich ausgeglichen und glücklich sind, so in irgendwelchen Selbsterfahrungsseminaren, dann nicht im therapeutischen Rahmen. Die gut im Leben stehen, die stabile Bindungen haben, die Jobs haben, die ihnen Spaß machen und so und dann aber von ihrer Kindheit erzählen, die grausam waren, die furchtbar waren und die aber trotzdem so den Weg raus geschafft haben. Oder Leute, wo es halt, also manchmal auch das, wo immer alles super lief und die Eltern ganz viele Probleme aus dem Weg geräumt haben, die dann bei der ersten großen Krise völlig überfordert zusammenbrechen, weil die gar keine Resilienz entwickelt haben. Ja, weil die diese psychische Widerstandskraft nie aufbauen mussten und dann, wenn es irgendwann in einem relativ späten Alter mal kracht, gar keine Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Oder Ressourcen hat jeder, aber die nicht bewusst sind. Also ja, keinen Umgang damit, also nicht gelernt haben, wie man mit sowas umgehen könnte. Und das, finde ich, ist ja auch diese coole Nachricht bei dem Thema Selbstwert. Es ist nie zu spät, sich so ein Selbstwertgefühl ein positives aufzubauen. Und es hängt halt auch nicht immer nur an den Eltern. Wenn du zu Hause ein relativ desolates Elternhaus hast und du hast aber eine Tante oder einen Onkel, die da sind oder einen Nachbarn, der ein Auge auf dich hat oder einen Lehrer, der dich sehr bestärkt und schützt und bestärkt. Und das reicht oft. Also, weißt du, wenn du das große Glück hast, eine Person im Leben zu finden, die an dich glaubt und die dich unterstützt oder dich so nimmt, wie du bist, das muss nicht innerhalb der Familie sein. Wir lachen wieder an einer unpassenden Stelle, weil der Hund schnarchend kommentiert. Selbstwert ist insofern nicht das Gleiche wie Selbstliebe, weil Selbstwert heißt in der Definition erst mal das subjektive Gefühl des Wertes, den du dir selber gibst. Und dann streben wir natürlich danach, ein möglichst hohes Selbstwertgefühl zu haben, also eine möglichst hohe Meinung von uns selber. Das habe ich auch immer wieder gelesen, bin ich immer wieder drüber gestolpert, saß relativ schnell da mit verschränkten Armen, weil so meine Praxiserfahrung ist halt wiederkehrend, nicht immer, aber schon wiederholt auch so, dass Leute eher versuchen, ihren negativen Selbstwert oder ihr negatives Selbstbild so rum zu bestätigen. Also, dass die zum Beispiel in Partnerschaften oder in sich anbahnenden Partnerschaften, ich bleibe jetzt mal wieder aus der Sicht einer Frau, weil ich da halt mehr habe, aber das ist geschlechtsunabhängig. Und wenn die Frau in einem Gespräch ist mit ihrem Partner und der sagt zehn liebe Sachen und gibt zehnmal die Rückmeldung, wie froh er ist, sie zu haben und dann kommt aber eine kritische Bemerkung und die zieht sich diese eine Bemerkung raus und sagt, siehste, der will mich nicht. Und das ist ja dann eher die Bestätigung des negativen Selbstbilds. Die könnte ja dann auch sagen, ich kann dieses Futter nehmen, mich nähere und meinen Selbstwert erhöhen. Aber da ist halt die Erfahrung, die prägende und dann damit auch die Identifikation, diese Identität. Ich bin halt die, die den Leuten zu anstrengend ist zum Beispiel. Ich bin halt die, die zu viel ist, die keiner aushalten kann. Und dann werden dafür immer wieder die Indizien und die vermeintlichen Beweise gesucht. Weil wir streben halt nach einem hohen Selbstwertgefühl, aber auf der anderen Seite auch nach Sicherheit. Und wenn du weißt, wie es läuft und was dich erwartet und wie du dran bist und wo du stehst, wiegt halt vielleicht in dem Moment diese Sicherheit mehr. Weil wenn du sagst, oh, die Leute mögen mich doch entgegen meiner Erfahrung, weiß ich ja gar nicht, woran ich bin und auf was ich mich verlassen kann. Ach so, und dann wird es unsicher und dann… Genau. Und dann ist das ein Level an Unsicherheit, was solche Leute vielleicht dann in dem Moment gar nicht aushalten können. Dann ist es einfacher, die negative Rückmeldung anzunehmen. Oder schon mal vorauszusetzen, oder? Immer. Immer vorauszusetzen. Das ist ja auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also, dass ich in der Situation, die ich erlebt habe, mal irgendwann und jetzt habe ich die gleiche wieder, dass ich erstmal davon ausgehe, ja, es wird wieder scheiße. Confirmation Bias. Also, dieser Bestätigungsfehler. Wir versuchen, alles so in unser bestehendes Weltbild zu basteln, dass es passt. Dass wir das bestehende Weltbild möglichst nicht verändern müssen. Und davon ist niemand frei. Also, dass du dir Informationen suchst, die das, was du eh schon glaubst, bestätigen. Das ist erstmal ein völlig normaler Mechanismus. Du kommst da raus, indem du es dir bewusst machst, ne? Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ist zum Teil harte Arbeit. Also, in dem Beispiel jetzt von den Frauen, was ich jetzt aufgezählt habe, die müssen halt gezielt üben, erstmal zu registrieren, ja, da gab es diese eine abwertende Aussage, in meinen Augen abwertend. Was gab es denn noch für Aussagen? Also, wirklich dann für sich selber zu wiederholen, ich habe gehört, dass du das und das gesagt hast. Wenn man ein entsprechendes Gegenüber hat, was sich darauf einlassen kann, kann man das auch wirklich im Gespräch machen und dann die Rückmeldung nochmal einholen. Also, jemand sagt was, der andere wiederholt, ich habe gehört, dass. Und dann kann der nochmal gucken, ey, hast du mir gerade das Wort im Mund rumgedreht? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Oder nicht so gemeint, wie du es gehört hast. Und das ist halt dann viel Übung mit viel Geduld und eben dem Wissen, wenn ich da mein negatives Selbstbild verändern will, kommt erstmal eine krasse Unsicherheit. Dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich erstmal nicht weiß, wer ich bin, woran ich bin, wie ich mich denn jetzt sehe. Also, das geht auf jeden Fall damit einher. Häufig. Nagel mich nicht auf immer fest, aber häufig, weil zu wissen, wer ich bin, selbst wenn es ein total negatives Selbstbild ist, ist ja erstmal eine Nummer. So, darauf kann ich mich verlassen. Und wenn ich mich darauf nicht mehr verlassen will, weil es so ein Leidensdruck ist, dann muss ich ja das Bestehende infrage stellen, mich öffnen. Und diese Öffnung heißt auch immer Unsicherheit. Und Unsicherheit kann was unheimlich Positives sein, weil das eben aus dieser Selbstgerechtigkeit, aus dem Rechthaben rausholen und sagt, okay, ich kann mich überraschen lassen. Ich kann was Neues dazu lernen, ich kann meinen Blick erweitern. Unsicherheit kann aber halt auch Ohnmacht heißen. Dann hat man zum Glück ja auch noch ein Stück weites Tempo selber in der Hand. Es gibt verschiedenste Modelle zum Thema Selbstwert. Es gibt ein Buch, so die sieben Säulen des Selbstwerts. Ich habe jetzt für heute mal eins rausgesucht mit die vier Säulen des Selbstwerts. Reicht für einen Anfang? Ja. Ich mich jetzt richtig erinnere, das ist ein Modell von Gitta Jakob. Die hat halt so vier Säulen aufgebaut, wo sie sagt, Selbstwert besteht zum einen aus Selbstakzeptanz. Also so eine positive Einstellung zu sich selber. Ein, sagen wir, Einverstandensein mit sich. Und das ist eben noch nicht Selbstliebe, noch kein, ich liebe alles an mir oder ich finde alles toll, sondern erst mal, ich kann das so annehmen und an manchen Tagen vielleicht auch hinnehmen. Aber ich muss das nicht, da muss ich nicht so einen Widerstand dagegen legen. Okay. Zweite Säule ist es Selbstvertrauen. So diese positive Einstellung den eigenen Fähigkeiten, aber auch den eigenen Entscheidungen gegenüber. Da finde ich, das lässt sich wieder übertragen wie Vertrauen zu jemand anderem. Wenn ich jemand anderem vertrauen möchte, braucht es eine gewisse Verlässlichkeit. Ja. Wenn ich mir selber vertrauen möchte, wäre es ganz cool, ich stehe zu meinem Wort und ich bin ehrlich mir selber gegenüber und so. Genau, also ich wollte gerade fragen, ich stehe zu meinem Wort mir selbst gegenüber. Ja, also wenn ich mir vertrauen möchte, dann wäre es schon cool, wenn ich zum Beispiel Sachen, die ich mir vornehme, auch mache. In der Mehrheit der Fälle. Ja, oder wenn ich übe, nur Ja zu sagen, wenn ich Ja meine. Ja. Und ich fühle ein Nein und sage aber Ja, dann habe ich wenig Grund, mir zu vertrauen, weil ich stehe ja nicht zu mir. Ich verrate mich ja ein Stück weit in dem Moment. Spannend. Ah, spannend. So habe ich das noch nie gesehen. Dass das ja auch diese Auswirkungen hat. Irgendwie habe ich das noch nie so betrachtet. Ja. Wenn ich dir jetzt ein Versprechen gebe und dann mich gegenteilig verhalte, dann hast du keinen großen Grund, Vertrauen in mich zu setzen. Ja, ja. Das ist mit sich selber auch nicht anders. Die dritte Säule ist die soziale Kompetenz. Also so das Erleben in meiner Kontaktfähigkeit, wie ich mit anderen umgehe. Ob ich mich in schwierigen Situationen dann gewachsen fühlen kann und so. Also stärkt den Selbstwert auch, wenn ich weiß, in der sozialen Kompetenz bin ich relativ gut aufgestellt. Wir können es gleich noch vertiefen. Ja, genau. Franzi sieht meinen etwas fragenden Blick. Nur damit ich nicht zu sehr abschweife, die vierte Säule noch, das ist dann das soziale Netz. Also bin ich eingebunden in den Beziehungskontext. Soziale Kompetenz kann auch heißen, ich kann mit Fremden umgehen. Ah. Ja. Und das heißt, du hast zwei Säulen, so die Selbstakzeptanz und die Selbstvertrauenssäule, das ist bezogen auf die eigene Person, quasi intrapersonelle Dimension. Und dann gibt es die interpersonelle Dimension, das ist dann der Kontakt nach außen. Einmal ist es eine Sache zwischen mir und mir und im anderen Fall zwischen mir und den anderen. Und alle vier Säulen, da kann man üben, da kann man sich stärken, das kann man lernen. Unabhängig vom Start. Wenn die Prägungen halt so sind, dass du Überzeugungen, dass du Glaubenssätze hast, die das behindern, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger oder man braucht ein bisschen mehr Hilfe. Aber gehen tut es trotzdem. Also es besteht immer auch in jedem Alter die Möglichkeit, sich millimeterweise vorzurobben und diese Säulen zu stärken oder erstmal ein Fundament zu legen. Also du bist der Meinung oder du sagst, man kann auch das Fundament noch nachträglich legen, weil das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, wenn man sagt, okay, die ersten Lebensjahre wirklich nur, also ersten ein, zwei, drei Jahre sind quasi das Fundament für das, was dann danach kommt, dann wäre jetzt meine Frage gewesen, kann ich das nachholen? Also, wenn ich es da nicht mitgekriegt habe oder nicht erfahren habe? Prinzipiell ja, nicht einfach so und es mag Ausnahmen geben, also da will ich es, bitte ihr Lieben, seid euch bewusst, dass das Verallgemeinerungen sind. Das ist dann im individuellen Fall immer nochmal anders. Wir sind ja beide so ein bisschen Lebensgeschichten-Junkies und hören diverse Podcasts und lesen Bücher und so, wo Menschen ihre Geschichte erzählen. Und ich denke gerade an den Podcast von Leon Windscheid in extremen Köpfen, wo er Gäste und Gästinnen hatte, ich habe jetzt so als allererstes, wo du die Frage gestellt hast, eine im Kopf gehabt, die ist als Kind schwerst sexuell missbraucht worden, nicht nur innerhalb der eigenen Familie, sondern auch noch verkauft und rumgereicht worden. Und das ist eine Frau, die trotzdem heute eine gute, glückliche Beziehung führt, die verheiratet ist, die ihr Leben, sagen wir mal, gut auf die Kette kriegt und die wird eingeholt von Erinnerung und da fallen gewisse Sachen schwer, aber die hat prinzipiell ein gutes Leben. Das heißt, es muss ja möglich sein, später den eigenen Lebensweg nochmal zu verändern und gewisse Sachen so zu verdauern, dass du mit den Narben leben kannst. Ich würde nicht sagen, dass man das ungeschehen machen kann im Sinn von, ich bin frei von dieser Vergangenheit. Ja. Ja, wie das durchaus in gewissen, ich will es ohne Laudung formulieren, schaffe ich nicht, in gewissen Esokreisen ist, man kann alles transformieren und dann spielt das alles keine Rolle mehr, das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, genau. Und die wirkt da auch nicht unglücklich, aber sie hat halt jetzt so ein psychologisches Störungsbild, die ist aufgespalten, die erlebt sich als ein Wir, als mehrere Persönlichkeiten, die gehandelt werden müssen und die ist halt nicht im, in Anführungszeichen, normalen Maß arbeitsfähig und so, aber die hätte sich auch das Leben nehmen können. Also auch da finde ich, ist das ja eine gewisse Schleue, also ein ganz kluges Schutzsystem der Seele, es so zu gestalten, dass sie noch da ist und dass sie da ist mit einem lebenswerten Leben. Also es muss gehen, dass du auch, wenn du einen beschissenen Start hattest, trotzdem zu einem lebenswerten Leben finden kannst. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alleine geht, ohne Unterstützung. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise eigentlich keine Frage, sondern eher so eine Feststellung, weil dann muss es eigentlich irgendwann den Punkt geben, wo ich an Menschen und damit an ein soziales Netzwerk komme, das mir wieder Sicherheit bietet, oder? Ja, schon. Und wenn wir da nochmal zur Frau Ecker zurückkehren, wie gesagt, wir haben den Ausschnitt gehört, ich kenne nicht die ganze Lebensgeschichte, ich weiß nicht, ob sie hier Therapie gemacht hat und so. Also sie hat im Buch immer mal wieder Episoden drin, wo zum Beispiel eine Ärztin da war, die dann zu ihr als Jugendliche gesagt hat, kindlich belastet was. Dass es dir körperlich so geht, wie es dir geht, ist eine psychische Belastung. Und die erst mal sie gesehen hat, sie ernst genommen hat, sie nicht bedrängt hat, ihr Zeit gelassen hat und so, aber da war eine Person, die war zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise da. Und dann hat sie aber gesagt, das, was ihr den Halt gegeben hat, die Sicherheit, die Geborgenheit, dieses Gefühl von hier darf ich so sein, ich bin, war halt der Wald. Da war es in dem Fall gar kein Mensch, aber es war ein Ort, ein Umfeld, wo sie sich entfalten konnte und wo sie diese Selbstverständlichkeit hatte. Und spannender war sie ja durchaus auch ein gewisser Glauben, ein ich bin Teil der Schöpfung. Ob jetzt von der Kirche gewollt oder nicht und ob erlaubt oder nicht, aber ich bin da und im Wald fühle ich mich auch als Teil der Natur, als Teil des Ganzen. Ja, das kam jetzt, glaube ich, ist wahrscheinlich eher aus dem Buch als jetzt aus dem Gespräch. Ja, ich kann das in meinem Kopf nicht mehr so sehr trennen, weil das Gespräch ja auch schon ein ganzes Stück her ist. Ich glaube, wir haben das im März aufgenommen, jetzt haben wir Juni. Ich will auch nur darauf hinaus, dass es immer einen Weg gibt und eine Möglichkeit. Und dann ist es halt nicht unbedingt jetzt eine therapeutische Einrichtung, dann ist es ein Ort oder vielleicht ist es ein Tier, wo du dann ein Tier findest, was dir gegenüber völlige Bedingungslosigkeit zeigt und dich so annimmt, wie du bist, mit all deinen Vermackungen und Narben und Schwächen und verkorksten Gedanken. Und dann ist das wieder eine Referenzerfahrung von, ich darf hier sein und ich bin liebenswert und ich muss mich hier gerade nicht beweisen. Und am Ende, finde ich, geht es aus meiner Sicht ganz oft um diese Referenzerfahrungen. Also, dass ich neue Erfahrungen mache. Ich hatte auch gestern noch nachmittags, ich hatte gestern einen sehr kommunikativen Tag, fällt mir gerade auf, mit einer anderen Freundin ein Gespräch, die auch ein fettes Päckchen mitgenommen hat, familiär und er sich eher zum Einsiedlerkrebs gemausert hat und sich, also die lebt so, mehr Tiere sind toll, Steine sind auch okay, mit Menschen werde ich mich in diesem Leben nicht mehr sehr anfreunden und trotzdem aber ganz gute Kontakte und Beziehungen pflegen kann. Und sie hat gesagt, sie hatte halt auch das große Glück, die ist irgendwann in Seminaren an Menschen geraten, wo sie, und sie kann nicht sagen, warum sie ausgerechnet bei den Personen aufgemacht hat, was da gematcht hat. Aber es hat gepasst. Und in dem Moment… Das gibt es ja. Ja, hat sie sich geöffnet. Und ich meine, das ist schon ein Glück, das zu finden, aber dann geht es halt. Und in dem Moment hat sie Sachen zugelassen, zum Beispiel sich trösten zu lassen oder auch jemand anderen zu trösten und dann die Erfahrung zu machen, boah, es lässt sich jemand von mir in den Arm nehmen und dann geht es dem besser. Ist ja abgefahren. Weil das in ihrer Erfahrungswelt vorher nicht vorkam. Und das sind dann solche Referenzerfahrungen, dann wird quasi im System eine neue Information eingeschweißt und sagt, krass, das ist möglich. Wenn das einmal möglich war, ist das vielleicht wieder möglich. Und dann hast du einen neuen Horizont. Also du hältst andere Erfahrungen auf einmal für möglich. Und das ist immer eine Voraussetzung, dass dein Kopf in Erwägung zieht, dass mehr drin ist als das, was du bis jetzt an Erfahrung gemacht hast. Und das ist wie so eine Einladung. Braucht sehr viel Vorschussvertrauen und viel Mut, weil die Ängste sind ja davon nicht weg. Ja, genau. Aber wenn du so eine einladende Haltung aufmachen kannst und das finde ich hat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob im Podcast oder im Buch, aber das hat die Frau Ecker auch total schön beschrieben, in dem Moment, wo sie sich geöffnet hat, kamen immer mehr diese Erfahrungen dazu, wo sie da sein durfte. Sie hat das, glaube ich, auch im Podcast erzählt, diese neue Schule, wo sie zur Direktorin marschiert ist. Und gesagt hat, hier ist meine Bewerbung, aber nur damit sie es gleich wissen, mein Vater ist ein Pfarrer. Ein katholischer Pfarrer. Genau. Und die dann gesagt hat, ja, danke fürs Vertrauen, dass sie es erzählen, das ist schön und gut, aber interessiert mich an sich nicht, hier geht es um sie. Ja. Um ihre schulischen Leistungen, wie sie da sind. Eltern sind uninteressant. Und sie dann gemerkt hat, hey, ich bin ich, ich bin jetzt nicht nur die Tochter von, sondern ich bin ich. Punkt. Und sie dann ja auch mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein da reingegangen ist und dann ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Das meine ich mit so einer Einladung. Du lädst ein, mehr oder weniger bewusst, dass was Neues möglich ist und dann sind neue Erfahrungen tatsächlich real möglich. Nicht mehr nur in der Fantasiewelt oder in der Wunsch- und Sehnsuchtswelt, sondern tatsächlich so in echt, weil es gibt immer Leute, die neugierig sind auf dich oder die es gut mit dir meinen oder die dich unterstützen wollen. Die Frage ist, siehst du die? Ja, aber das wollte ich mich nämlich auch gerade gefragt. Wenn ich so sehr in meinem Kopf verankert habe, dass, was weiß ich, niemand mit mir was zu tun haben will oder so. Wie komme ich zu dem Punkt, dass ich überhaupt erst mal in Erwägung ziehe, dass das doch vielleicht anders sein könnte? Also der Schritt quasi noch bevor ich mich öffne. Ich weiß, was du meinst. Unromantische Antwort, Leidensdruck. Wenn du es nicht mehr aushalten kannst oder aushalten willst, weil, ich überlege, wie ich das möglichst gut formuliere, aber es ist wurscht, ich hau einfach raus. Aufgeben ist nicht immer das Schlechteste. Weil in dem Moment, wo du völlig resignierst und aufgibst, das ist halt wie, wenn du deine Kampffäuste, die du mal oben hast, fallen lässt, sinken lässt und dann lässt du aber in einem gewissen Grad auch dein Rechthaben fallen. Ein, ja, ich weiß, dass mich keiner leiden kann und ich weiß, ich bin scheiße und keiner will es mit mir aushalten. Wenn du das auch aufgibst und nicht mehr darauf beharrst, dass es so ist, dann wird der Platz gemacht. Und vielleicht ist das, wenn der Leidensdruck am größten ist, wenn du nicht mehr kannst, der Punkt, wo du das erste Mal eine helfende Hand, die dir entgegengestreckt wird, registrierst. Und sehr misstrauisch in Erwägung ziehst, vielleicht will die mich nicht hören, vielleicht will die mir tatsächlich aufhelfen. Und du hast nichts mehr zu verlieren, dann kannst du es riskieren. Das klingt nicht sehr einladend, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Na, oft reicht das ja, also wir reden ja jetzt von den Extremfällen, oft reicht das ja auch, dass du einfach was so dermaßen nervig zum Kotzen findest. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann doch nicht so weitergehen. Also ich habe jetzt gerade auch einen saucoolen Typen im Einzelcoaching, der gesagt hat, hey, ich mache mit Frauen immer wieder die gleichen Erfahrungen. Und der hat die allererste Podcast-Folge gehört, wo die Marlene erzählt hat, die verlebt sich immer wieder in vergebene Männer. Was sie nach wie vor nicht tut. Also das ist rum. Aber die hat das so schön in unserer allerersten Podcast-Folge im ersten Mutmach-Gespräch erzählt. Und der hat von einem Freund den Link geschickt gekriegt, hat das angehört und gesagt, ja, ich ahne, warum ich den Link geschickt bekommen habe. Weil es bei ihm auch immer wieder das gleiche Muster ist, da geht es nicht um vergebene Frauen, aber um Frauen, die erst Interesse zeigen und dann keine Zeit mehr haben. Dann ist irgendwie alles andere wichtiger und alle Prioritäten sind anders verteilt und er steht dann da und wir denken, ja, schönen Dank für nix. Und das ist jetzt kein massiver Leidensdruck, der ist einfach tierisch genervt und es kotzt den an. Ja, das gibt es doch nicht. Und das ist so ein Punkt, da bist du jetzt nicht völlig am Boden und hast aufgegeben und so. Es ist jetzt nicht so kurz vorm Suizid. Sondern das ist was, wo es dich einfach ankotzt. Und das reicht. Das kann so ein Wendepunkt sein, wie gesagt, das gibt es doch nicht. Es muss doch anders gehen. Weil man von sich selbst so sehr genervt ist. Ja. Also echt jetzt. Ja, ich kenne das. Und dann machst du dich auf die Suche und sagst, da gibt es hier nicht noch was anderes. Und dann hast du den Moment der Eröffnung, wo du einen Blick wieder weitest und sagst, ja, ich weiß, wie es läuft. Ich kenne das. Ja. Was gibt es denn hier noch so? Also es muss nicht unbedingt quasi am Boden liegend und ich bin vollkommen fertig sein, sondern es kann auch ein alter Schwede. Weil das ist ja eher so ein bisschen Wut. Ja, aber es ist ja auch eine Art von Leidensdruck. Ich habe keinen Bock mehr. Klar. Nur das muss nicht der depressive Leidensdruck sein. Ja, genau. Und das kann auch einen tierisch genervt sein oder im Idealfall braucht es keinen Leidensdruck, sondern ein Neugier und Interesse. Aber ich würde sagen, von 99 kommen 98,5 nicht aus Interesse zu mir. Sondern weil sie an irgendeinem Punkt sagen, so bitte nicht mehr, wo kann ich in dieses Leben umtauschen? Ich habe beleidigt. Ich durfte nicht da sein. Es hätte mich nicht geben dürfen. Die Frau Ecker hat das nicht so benannt, also das Wort ist nicht gefallen. In meinem Kopf ist das aber immer sehr laut in Großbuchstaben aufgeploppt, diese Scheinheiligkeit. Zehn Gebote, du darfst nicht lügen und alles um dich rum lügt und tut so, als wüsste es von nichts. Warum hältst du dir den Mund zu? Weil ich über dich lachen muss. Also das ist so was, wie sollst du denn als Kind ein Gefühl dafür kriegen, was echt ist und was sein darf? Ja, 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 das ist abgefahren. Wenn diese Scheinheiligkeit dich so umgibt. Jeder weiß, wer dein Papa ist, aber sagen darf man es nicht. Wieso sollst du das kapieren? Aber, da muss ich jetzt mal sagen, ich komme ja auch vom Dorf. Also das ist ja nicht mal nur in Bezug auf Pfarrerskinder so. Ach, null. Sondern das gibt es ja auch, wenn du sagst, okay, da ist irgendwo ein Kind, das vielleicht nicht ganz den Vater hat, der tagtäglich mit ihm zusammenlebt. Obost, wo du meinst du? So ungefähr. Und alle wissen es. Aber es redet halt keiner drüber. Ja, also meine Abneigung gegen Scheinheiligkeit bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Kirche. Ich bin da flexibel in meiner Ablehnung. Ja, aber das ist halt krass. Und bevor das jetzt hier falsch rüberkommt, wenn ich da den Witz mal wieder zur Seite schiebe, diese Scheinheiligkeit hat ja eine absolute Funktion, damit so ein gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert. Also es wäre auch wieder sehr viel verlangt zu sagen, so schafft man bitte die Scheinheiligkeit ab, die erfüllt ja sehr viele Mechanismen. Das vertagen wir auf eine andere Podcast-Folge. Wo denn das Geschenk der Scheinheiligkeit ist? Okay. In mir geht es heute darum, diese Selbstwertgeschichte, also selbst wenn man in seinem Selbstbild, in seiner Betrachtung, im Gefühl zu sich selber sehr wackelig ist. Und so startet mit, boah, ich muss mir hier mein Dasein verdienen oder ich muss so ein People-Pleaser-Dasein führen, ich muss es allen Leuten recht machen, ich muss die Bedürfnisse aller anderen über meine stellen, damit ich hier mitspielen darf und so. Also selbst wenn man so startet, man kann lernen, das zu überwinden und zu verändern. Also wenn die Botschaft bei euch ankommt, ist schon viel gewonnen. Und ich weiß, du hättest jetzt gerne die Liste Schritt 1 bis, möglichst Schritt 3, nicht bis Schritt 17, wie geht denn das? Aber es wäre halt unrealistisch. Also man kann keine… Keine allgemeinen Plätze von sich geben. Na erstens ist es nicht getan mit Instagram-Sprüchen und netten Bildchen, sondern in der Regel steckt sehr viel mehr Arbeit dahinter, weil es halt individuell ist. Und zweitens, es dauert. Und ich könnte jetzt schon sagen, also als kleinen Ausschnitt zum Beispiel, also so als Teil der Coaching-Arbeit, das ist noch nicht mal Therapie, sondern kann man tatsächlich auch im Coaching-Rahmen gut damit arbeiten. Und es gibt so ein Modell, wo du so die drei Böbel des Selbstbildes hast. Einmal das, das bin ich, bin Bindestrich ich großgeschrieben. Das heißt, die Art, wie ich mich selber sehe, gar nicht das, was ich gut an mir finde, sondern wie ich mich einordnen würde, vorstellen würde, ja so bin ich. Mit all meinen positiven und negativen Eigenschaften. Also das ist so der eine Böbel, dann hast du den anderen Böbel, das soll ich, wie sollte ich denn sein, was sind denn die Erwartungen an mich und zwar von mir selber, was erwarte ich denn von mir, wie ich sein sollte. Ah, okay, also nicht die Erwartungen, die ich denke, die von außen kommen. Doch, plus die Erwartungen, die andere an mich stellen. Die, die sie tatsächlich an mich stellen und die, von denen ich denke, dass sie an mich gestellt werden. Weil das ist ja ein Unterschied. Oh ja, oh ja, voll. Aber am Ende wird das erstmal in diesem Modell zusammengefasst, in den Böbel, das soll ich, wie sollte ich denn sein. Und dann also als dritten Böbel, das Wunsch-Ich. So, wenn ich völlig frei wäre von Erwartungen und so weiter, wie wäre ich denn gerne? Was ist denn mein Wunsch-Ich? Du hast quasi das, so bin ich, so sollte ich sein und so wäre ich gerne. Und je größer die Distanz zwischen den drei Dingern ist, umso inkohärenter ist dein Selbstbild. Also umso mehr bist du in dir zerrissen und kämpfst gegen dich selber. Und das kann ich jetzt machen und sagen, ja, bitteschön, Leute, bin ich, soll ich, Wunsch-Ich, macht was damit. Und das ist halt jetzt, ja, jetzt habt ihr ein Modell, das ist ganz nett, weil jetzt habt ihr eine Idee davon, dass man daran arbeiten kann. Ist aber relativ witzlos, weil damit jetzt zu arbeiten, ist wirklich Arbeit. Also damit ist es nicht getan so, ich überlege da mal kurz drauf rum. Sondern gerade dieses, das soll ich sein, das hatten wir in diversen Folgen ja schon. Damit kannst du Wochen, Monate, Stunden verbringen. Das ist das, was wir schon mal, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Folge schon mal ausführlicher besprochen haben, dass du dir zum Beispiel aufschreiben kannst, was sind denn so meine Rollen? Ah ja, genau. Das hat man, glaube ich, bei Mutterrolle, Vaterrolle und solchen Sachen auch schon. Keine Ahnung mehr, wo wir das hatten. Aber wenn ich jetzt aufschreiben würde, in welchen Rollen ich mich so befinde, dann würde ich halt aufschreiben, ich bin Mama, ich bin Ehefrau, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin Tochter, ich bin Selbstständige, bla, 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 bla. Und dann kann ich für jede einzelne Rolle nochmal gucken, wie sollte ich denn da sein? Und zwar, was erwarte ich denn von mir? Was stelle ich denn für Anforderungen an mich? Was stellen andere an mich tatsächlich? Und was glaube ich, wie ich sein sollte? Und schon damit bisher Jahre beschäftigt. Also man muss das nicht bis zum Abrechen in aller Ausführlichkeit machen, da wird man eh nicht fertig. Es reicht in Ausschnitten, da zu arbeiten. Und diese Aufstellung alleine, die kann emotional schon ganz schön reinhauen, weil die allermeisten Leute machen die Erfahrung, wenn sie das mal verschriftlichen, dass da Anforderungen stehen, die völlig unmöglich zu erfüllen sind. Oder konträr sind. Genau. Das sowieso. Dass da der eine von dir das will, der andere von dir das, ich will von mir das, ja vergiss es, ist nicht vereinbar. Oder ist halt tatsächlich nicht erfüllbar. Oder wäre vielleicht erfüllbar, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Ich meine, ich sollte das sein, aber ich will das gar nicht sein. Dann haben wir schon wieder so einen Konflikt zwischen soll ich und wunsch ich. Und die so weit zu bringen, also so weit anzugleichen, dass da eine möglichst große Überlappung entsteht und das Spannungsfeld in mir dann aushaltbar ist, da hat man schon ein Stück mit zu tun. Wobei das aus meiner Erfahrung heraus sehr viel Spaß machen kann, weil du unheimlich viel über dich lernst, dich besser verstehst, es auch echt in der Arbeit oft witzig ist, so zu erkennen, ach, deswegen verhalte ich mich so. Er ist ein bisschen schwachsinnig. Aber auch irgendwie logisch. Ja, meistens hat es ja doch irgendwie eine Logik. Genau. Und dann zu gucken, okay, wo will ich denn hin? Also wenn das jetzt so meine Bestandsaufnahme ist, was denn stattdessen? Und das geht nicht in einer Podcast-Folge. Da können wir euch nicht in einer lächerlichen Stunde mal schnell erklären, wie es geht. Und mir geht es um diese Botschaft, Leute, ein scheiß Selbstwert ist nicht in Stein gemeißelt und wir müssen uns auch nicht ewig darauf ausruhen, das Ausruhen in fetten Anführungszeichen ist nicht böse gemeint, dass die Kindheit schwierig war. Ja. Das sind die Erklärungen und das ist einfach, na, da wird halt der Grundstein gelegt. Ja. Aber man muss sich mit 60 nicht mehr darauf berufen müssen. Als Erklärung, ja, aber diese Bremse, diese Schnur, die einen da immer wieder zurückzieht, die kann man durchaus aufweichen, durchschneiden, verlängern, wie auch immer. Also ich habe die Möglichkeit, was aus mir zu machen. Voll. Letzte kurze Geschichte dazu von, oh, wie heißt er jetzt? Liefere ich nach, ich kann den eh nicht richtig aussprechen, ist ein argentinischer Psychotherapeut. Mit dem Buch komme ich, erzähl dir eine Geschichte. Ich liefere euch den Autor nach. Der hat Bücher mit ganz zauberhaften Geschichten und Anekdoten und von dem ist eine Geschichte, die gibt es auch als extra Kinderbuch, von einem Jungen, der mit seinem Vater ganz oft in den Zirkus geht. Und sie die Zirkuswelt ganz toll findet, aber der sieht dann immer so einen großen Elefanten, der da so die Kunststücke macht und nach der Vorstellung mit so einem lächerlichen Seil an einem Holzpflock angebunden ist, der am Boden ist. Und der Junge fragt sich immer, das ist ein Elefant mit so viel Kraft und Masse und der kann Baumstämme tragen. Wieso bleibt er denn an diesem Pflock hängen? Der könnte doch mit einem Schritt den aus dem Boden ziehen. Und der fragt halt seinen Vater und der fragt die Leute drumherum und keiner kann es ihm erklären und er versteht es nicht. Und Jahre später kommt dann jemand, der kann es ihm erklären und der sagt, als der Elefant noch ganz, ganz klein war und noch keine Kraft hatte, dann ist er an dem Pflock angebunden gewesen und hatte nicht die Kraft, den Pflock aus dem Boden zu ziehen und ist tatsächlich nicht weggekommen. Und er hat es vermutlich mehrfach probiert und es hat nicht geklappt. Und irgendwann hat er dann resigniert und hat gespeichert, ich bin nicht fähig, ich bin nicht in der Lage dazu, ich habe die Kraft nicht, ich kann das nicht. Und dann hat er aufgehört, es zu probieren. Und heute wäre er in der Lage und hat die Kraft und die Fähigkeit und zwar mit Leichtigkeit, aber er hat das Bewusstsein nicht, dass es könnte. Und deswegen hat er es nie wieder probiert. Verstehst du? Die Sophie hat wieder ein bisschen Pippi in den Augen. Es ist auch eine zauberhafte Geschichte, die alles erklärt irgendwie. Immer wieder. Damit könnte man es doch stehen lassen. Lass uns da keinen mehr draufsetzen. Damit entlassen wir euch. Ja. Noch nicht ganz, aber zumindest das Thema beenden wir. Erinnere mich dran, dass ich das Buch verlinke. Ihr Lieben, an euch oder auch an dich noch, damit wir das dieses Jahr nicht verpeilen, es ist Juni. Wir haben Podcastgeburtstag. Oh, Ende Juni haben wir dritten Podcastgeburtstag. Wir kommen in den Kindergarten. Abgefahren. Und da ich dieses Jahr mal rechtzeitig dran denke, wäre es doch ganz nett, wir machen wieder eine Geburtstagsfolge. Allerdings bin ich im Moment völlig planlos, was wir machen können. Deswegen haue ich es jetzt einmal dir vor den Latz. Und ich schicke es raus an euch, ihr Lieben. Habt ihr Ideen für uns, Anregungen, Impulse, Wünsche für eine Geburtstagsfolge? Hm. Cool. Dann bitte schreibt uns. Ich mache mir auch Gedanken. Ja. Weil im ersten Jahr haben wir noch so schön gefeiert mit Luftballon und Kerze und Eis und Essen gehen. Ich antinere mich. Letztes Jahr haben wir es beide so ein bisschen versemmelt und verpeilt. Dieses Jahr rechtzeitig dran gedacht. Vielleicht habt ihr ein paar nette Ideen für uns. Ich hatte auch ursprünglich vor, mal was von dem, was uns wieder so an Nachrichten erreicht hat, heute vorzulesen. Aber ich war, ich habe es nicht ausgehalten, so lange zu warten, dass ich es dir hier live vorlese. Ich habe es ja als Sprachnachricht geschickt. Wir haben eine ganz zauberhafte E-Mail bekommen. Sophie guckt schon zur Seite, wo Sophie überhäuft wurde. Wir haben die Nachricht von einem Sophie-Fan gekriegt und sie hat geschrieben, wie toll sie dich findet und wie begeistert sie von dir ist. Und sie hätte am liebsten ein Sophie-T-Shirt. Eigentlich wollte ich es dir live vor Mikros vorlesen, aber ich habe es dann nicht ausgehalten. Ich fand es so süß, so zauberhaft. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Das war mir klar. Ja, also wir haben das lange nicht erwähnt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ich hätte auch gern mal wieder Fragen von euch. Das wäre total cool. Fragen kamen gar nicht, sondern meistens ist so, boah, krasse Folge. Jetzt hier zur Frau Ecker tatsächlich, ich muss so viel lachen gestern, hatte ich dann über WhatsApp eine Nachricht. Danke für diese tolle Folge. Danke an eure Gästin. Mir klappt's Messer auf, dieser Scheißwein. Also so das Gegenteil von dem, was Frau Ecker eigentlich wollte. Ich konnte es aber dann trotzdem sehr nachvollziehen. Also es sind ganz oft sehr Rückmeldungen, so danke an die Gäste oder danke an die Gästin und so toll und so mutig und ach, was für eine tolle Folge. Was ja auch schön. Das ist super schön. Das macht auch sehr viel Spaß. Das bestärkt auch immer hier zum Weitermachen, wenn ich mal wieder keinen Bock auf Schneiden habe. Und, nicht aber, und ich hätte trotzdem gern mal wieder so ein, hey, was macht's denn mit euch? Was löst denn aus in euch oder habt ihr Fragen dazu oder wie, wie rattert's denn weiter? Das war bei dieser Freundschaftsfolge so cool. Ja, das stimmt. Das muss unendlich Diskussionen und Gespräche ausgelöst haben und da haben einige sich die Mühe gemacht, uns das dann auch zu schreiben. Lasst uns gerne teilhaben. Ja, voll cool. Weil das freut uns dann auch immer und wir haben ja immer so unsere Gedanken und ich finde das dann auch immer spannend, nochmal so von außen auch wirklich coole und andere Denkanstöße zu bekommen. Ja, es ist so ein Pingpong, ne? Das befruchtet sich so gegenseitig, was echt schön ist. Wer keinen Bock hat zu tippen, ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken. Jupp. Bei Facebook, ich glaube bei Insta auch, ne? Geht das ja. Habe ich wieder keine Ahnung. Ihr werdet das besser wissen als ich. Aber dürft ihr Mutmachgespräche, Profile entweder bei Instagram oder bei Facebook und dann, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das ist mir wieder ein bisschen unangenehm und gleichzeitig habe ich mich sehr gefreut, habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ich nicht kenne, die gesagt hat, sie zieht so viel aus den Folgen und sie nimmt da so viel für sich mit und sie hat sich so gefreut und ob es nicht die Möglichkeit gibt, uns was in die Kaffeekasse zu schmeißen und uns quasi so von Weitem mal zum Stück Kuchen einzuladen. Boah. Habe ich dir auch gar nicht erzählt, ne? Dankeschön. Ja, das ist sowas, wo ich dann wieder da sitze und ich weiß, wo ich hingucken soll. Es ist so toll, lass uns eine Selbstwertfolge machen, aber das anzunehmen ist schwierig, schalala. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal meinen Arsch hochgekriegt. Es gibt ja die Möglichkeit, über diesen PayPal-Link, PayPal-Me, was zu schicken. Kenne ich gar nicht, okay. Cool. Ich kenne das von anderen Podcasts tatsächlich, wo dann immer so in den Shownotes einfach dieser Link drunter steht, so Kaffeekassen-mäßig. Ah ja. Und dann kannst du ne Euro überweisen oder zwei oder fünf und dann könnte ich die Sophie davon eine New York Cheesecake bei der Hanna holen. Also ich habe das bei der Veronika Ecker schon in die Shownotes. Cool. Und werde das diesmal wieder tun oder vielleicht ab jetzt. Also fühlt euch bitte nicht genötigt, wenn jemand das Bedürfnis hat, da was zurückzugeben. Wir freuen uns natürlich. Ja. Genau. Und jetzt hat Sophie gerade das Buch nochmal hochgehalten. Haltet die Augen offen. Bei Instagram wird es jetzt demnächst nach erscheinen in der Folge die Verlosung von diesem sehr, sehr coolen Buch vom Priesterkind geben. Darf ich das losziehen? Ja, natürlich. Cool. Du musst dann aber halt auch das Buch rausrücken. Ehe. So ist der Deal, dachte ich. So funktioniert das. Genau. Gut. Lassen wir es gut sein damit, wenn wir auf zu quatschen jetzt. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Habt eine schöne Woche. Ich kann schon mal teasern. Nach der Pause, das nächste Mutmachtgespräch dreht sich ums Thema Eifersucht. Oh. Cool. Bis dahin. Eine schöne Zeit. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020